Wer? Komm her, komm her, komm her, du. Du, du hast keine Ansage an mich gemacht. Guck mal, Barello, warum, warte, 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 warte. Wir klären das jetzt kurz. Warte mal, Barello, warum, warum hast du jetzt gelogen? Warum, warte mal. Hast du keine Ansage gemacht? Hast du keine Ansage gemacht? Aber was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Wie, was hast du gesagt? Eine Ansage kann nicht gut sein. Ibo, eine Ansage kann nicht gut sein. Ibo, geh und guck, es gibt 100% Stream-Recording. Du kannst gucken, was ich gesagt habe. Aber ey, ey, aus Respekt, wenn ich sage, wenn ich sage Ansage an Ibo, aus Respekt muss er Nein sagen. Er sagt, ja, komm. Weißt du, was ich gesagt habe? Weißt du, was ich gesagt habe? Ibo, Ibo, drauf! Ich sage dir, was ich gesagt habe. Er sagt zu mir, ich sage dir, was ich gesagt habe, mein Bruder, aber hör mir zu. Hör mir zu. Guck mal, er sagt zu mir, lass uns Match machen, Ansage gegen Ibo, ich sag ihm Nein. Er sagt, hast du so, 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 ich sag, weißt du was? Okay, komm. Wir machen, wir machen Match. Warte, 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 warte. Ibo, das geht nicht. Hör mir drauf. Ich weiß nicht mal raus. Ich finde dich. Ich finde dich. Moment, eine Sache. Lass mich kurz. Wenn du das annehmen, ist vorbei. Nein, 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 warte mal ganz gut. Lass mich doch mal, Ibo, warte mal ganz gut. Ibo, warte mal ganz gut. Geh raus. Ich gehe sofort raus. Lass mich eine Sache sagen. Lass mich eine Sache sagen. Du kannst reden. Ne? Dann nach dir ich raus. Guck, was ich gesagt habe am Ende. Ich habe das Match verloren. Er fragt mich, was fällt sie von Ibo, weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe jetzt, Ibo ist der Beste auf TikTok, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, Ibo ist mein Bruder. Ey, er fragt mich, du bist dumm. Warte mal, Allah ist mein Zeuge. Ich habe gesagt, Ibo ist der Beste auf TikTok. Ich mag Ibo, Ibo ist mein Bruder. Was? Warum machst du dann? Warum machst du dann? Warum machst du dann? Ruf mich vor allem. Warte mal, Ibo. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil ich ihm diese Fitna nicht gönnen wollte. Er dachte, ich mache Ansage an dich und ich habe das danach gedreht. Verstehst du? Ich habe gut über dich geredet. Ich habe gesagt, der ist mein Bruder. Ich habe auch so gedacht. Ich habe auch so gedacht. Ich habe auch so gedacht. Guck mal, ich war gerade mit Ozan live. Er sagt zu mir, was macht Verlierer? Ich sage Ansage an XY. Ich habe irgendeinen Namen gesagt. Er sagt zu mir Ansage an Kürt, Ibo. Warte mal, jetzt raten wir noch. So, Bruder, geh mal ganz kurz. Er muss eine Ansage machen, wegen Hamza. Sehr wichtig, weil gerade 2000 Leute warten. Geh mal ganz kurz raus. Aber nicht, dass du... Alles gut. Ist alles gut. Geh mal kurz raus. Ich küsse dein Herz rein. Ich küsse auch dein Herz. So, Badello. Ja. Bis zum nächsten Mal.